genau du bist ja auch nicht mitgefahren ich mache mich jetzt erst meine garage mal so unter diesen voraussetzungen kann ich nicht mehr weiterfahren das funktioniert nicht dies ist das ist mir zu modern ist mir zu viel wir brauchen eine andere karre wir haben jetzt 125.000 ich denke mal ich nehme den nissan skyline vielleicht kommt er ja so ein bisschen weg aber ich will überlegen wenn der sylvia oder der skyline mach 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 49.000 weil ich will schon irgendwo ja ich hoffe der hat genug power wagen auswählen jawohl das sieht aber ein bisschen doof aus irgendwie optisches tuning vielleicht leistung aber das kostet ja wieder das kostet ja wieder kopf wir haben 327 in den kraftstoffmotor aufladung ist das alles teuer 459 jetzt haben wir zündung steuergerät motorblock 6000 so nockenwelle rein zylinder kopf auspuff dann kommen wir auch wenigstens 900 ok auspuff system vorhanden kupplung ach mann eh so fahr weg auch ein normaler scheiße geht da geld drauf 36.000 sollte reinkommen versuchen wir es mit dem skyline machen wir jetzt mal ein bisschen optik tuning so keine ahnung motorhaube was motorhaube wie wärs mal mit lack erstmal geht aber rüber da farbe folie man es geht auch mal rüber die steuerung dieser kontrolle alter ich könnte mich über jeden scheiß weil das nicht sofort funktioniert wie ich das will ich mich da tierisch drüber auf das geht mir so auf den sack ja jetzt irgendwelche die das schon immer fertig gemacht haben aufs auto knallen da bin ich morgen noch dran wie wärs denn wenn ich mir die farbe für die karre selber aussuchen kann ne danke mal da dafür optik tuning so optik tuning auswählen hier leuchten was will ich mit leuchten mensch ist es das ach das ist irgendwo ey welche sieht besser aus ich kann mich nicht entscheiden die ist so weit vorne die ist so weit hinten vielleicht die dezente von need for speed vielleicht vielleicht äh war eher die ne da sehe ich mal genau so hat sie echt viel getan danke nicht was bietet da war ich geknausert ey das bringt echt viel ey wow echt viel das bringt echt viel ey oh man ey lassen wir es weg sieht besser aus grausam scheinwerfer noch nicht frei von schluss lang haben wir setzen wir das moped mal nach unten ne so äh breit auch mal genauso das mit der spur mag ich halt nicht so ja guck da sind wir wieder ewig dran ne ne das hatte ich ja schon der front leuchten ist nicht okay wir haben ein paar spoiler okay dann bleibe ich bei standard weil standard ist einfach auch soundsystem ja als wenn man vom soundsystem was hätte ey definitiv body kit ah oh man das sieht ja nicht pompös aus kann ich auch standard lassen mal ganz ehrlich ey so gerade verlassen wollen wir mal gucken ob das moped ja bisschen was auf der kerze hat jetzt hier war denn dieses dieses action diese action strecke da das ist schon boah wer denkt sich sowas aus ey alter verwalter ja ich weiß ich weiß natürlich jetzt nicht wie er fährt ne mal gucken ob der irgendwo in der kur ähm ähm na der kommt wenigstens mal aus der pötte jetzt ey da hat man irgendeinen fremden auch mit zum blauen skyline aber interessant ich weiß nicht wie das geiler sich bei dem rennen schlagen wird weil irgendwie will er nicht so wirklich so driften wie ich das will da geht es wahrscheinlich kurve rein aber gehen wir nochmal zur garage vielleicht kann man ein bisschen mehr auf drift einstellen dass er nicht ganz so in die kurven geht naja wir müssen ja driften so ähm ja was willst du ich glaub du bist bereit für das große rennen diese schwergewichte sind bereit wenn du's bist viel glück ein bisschen noch driften rein so stetigen so das ist die komplette farbe nicht von der karre irgendwie ach warte mal bei Lack bei Lack und Lack wagen ansehen irgendwie optisch warte mal ich konnte das auch ey Farbefolie bearbeiten Farbe da war es nochmal ich suche mir einen Affen ey hier ach chrom kann ich aber schwarz lassen hallo schwarz lassen merkwürdig lass das ich will nur noch unten bin noch nicht fertig änderung speichern du speicherst das und gehst mir nicht auf den sack verlassen jawohl jawohl also ich werde mir für den skyline auch noch was ausdenken nee nicht polvo kastei weil das haben so viele und ich finde es mittlerweile auch nicht mehr schön also ich denke mir da mal was eigenes aus versuche ich jetzt noch mal manus herausforderung nein da will ich hin da will hin da will hin ja machen wir das noch einmal ja ich hoffe zwar kein werk mehr ab aber es muss ja gemacht werden meine schöne schlappenschalzen äh was schlängelkönig ok ok es geht los kann man auf laufend mann also zeit fassen kann ich bin gespannt ob der jetzt ob der jetzt überdriftet oder aah ich bin gespannt ob der will nicht wirklich driften ich bin gespannt ob der kann so richtig schön in die kurve schmeißen hier da kriege ich niemals die 60.000 zusammen ach du fahr doch nicht das ist meine frasse alter verweiler schon wir leid dass ich gerade nicht reden aber so schlecht war das jetzt nicht nein 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 ah mann wer kommt denn auf so ne strecke ah jo da bin ich vorhin auch schon mal gegen na warte ist geradeaus man komm mann entschuldigung für die brüllerei leute aber da kriegst du mein herz girmes alter meine fresse aber hier abbiegen dann da bitte rum wenn so die schulbusse früher zu meiner zeit gefahren wären dann hätten ja alle in den schulbus gekotzt auch ja 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 Er lässt sich gut fahren, erstaunlich gut. Also, er will nicht wirklich... Willst du nicht fahren, oder? Boah, der Skyler, der will sich nicht wirklich driften lassen. Ah ja, das ist eine Sau, ist das. Aber der geht gut in die Kufen, haben wir gesehen. Also, ich hatte Probleme zu driften. Nicht diesmal, weil ich mich aufrege, weil ich das mit dem Auto... Aber das Auto... So, Gratulation, jawohl, voll reich. So, Manu, was hast du? Geht das klar? Ha, 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 bis später, Mann. Gucken wir uns das an. Aber erst gucke ich mir den an. Ich weiß nicht, warum ich immer Schnappschuss mache, aber... Ha, 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 Garage springen. So. So, 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 so. Ja, okay, so, ähm, Garage, Bunker, Virus, der war gut. Virus muss im Bunker und ich zur Garage. Du bist ein Held. Bei dir knuspert es doch, ey. Ganz gewaltig. Alter, ich grüße alle, die sich das Let's Play nichts was mit dir gerade anschauen. Bitte habt ein wenig Geduld mit mir. Ich schaffe halt nicht alles immer sofort beim ersten Mal. Aber wenn ich dann was spiele, ich habe echt mega Spaß dabei. Und ich, wenn, dann bin ich richtig mit Leib, Seele und Aggression dabei. Aber das ist für mich einfach dann so in dem Punkt ein Let's Play. Für mich muss das so sein. Was ich mir mit dem Styling für den Nissan einfallen lasse, ich weiß es noch nicht. Da gibt es viele Varianten. Aber ich musste erst mal googeln und mir das dann hinterher wieder umsetzen. Genau wie ich das mit dem Golf, da wusste ich das schon, was ich da machen wollte. Aber beim Skyline bin ich noch nicht schlüssig, was, wie und wo. Ähm, deswegen mal gucken. So, jetzt springen wir jetzt bei einem Bunker. Jetzt müssen wir mal auf der Karte gucken. Wo hier, warte mal, Moment, warte mal. Nachrichten. So, Ort und Tatanzeigen, jawohl. Bunker. Teleportieren. Bunker, schon wieder so eine scheiße Driftstrecke. Hä? Ansehen. Warte, was mal ab, vielleicht, äh, haben die sich ja irgendwie geert, dass vielleicht sie, äh, der Bunker direkt daneben, aber warte mal, bei mir war das so noch. Ja. Gucken wir uns das jetzt doch mal an, was dort hier noch mit dem Bunker ausgeschaut, ey. Ich darf mal einen Schluck ja trinken. Oh, da ist er. Du bist Ken's Mann. Super gemacht, ungelogen. Zehn tausend Hits in unter einer Stunde. Viel mehr als Spikes Video-Ruhe in der Dusche Frozen singt. Hahaha. Hey, wir sind gut. Komm schon. Gönn Ihnen Ihre 15 Minuten Spike. Travis, Clip gesehen? Huh? Gratuliere, Jungs. Ist nett? Wie das von Block. It's... Hey, yo, yo, Leute, seid mal leise eben, leise! Hey, Ken. Nein, ein Take, ohne Tricks. Okay. What? What? Alles klar. Bis später. Äh. Was? Hey, Ken. Ja? Hast du doch gesagt. Irgendes Video. Und? Er bringt es auf dem Honigablog. Wow! What the fuck? Oh, ja, du kannst stolz sein. Nein, Mann. Nein. Hm, hm. Nein. Wir müssen uns was einfallen lassen, das sogar Travis umhaut. Wir machen es komplett auf unsere Art. Ja. Komplett umkämpeln. Ja, klar. Peace, Alter. Boah. Geil! Geil! Oh, Mann. Wir sagten, ey, coole Sache und so. Boah. Moria, jo, schön für dich. Alter Verwalter. So, ja, ähm. Komm, gucken wir uns doch nochmal auf der Karte um. Was, wie und wo. Und nochmal einmal zurück, kann ich nicht. Äh, einer von vielen. Und teleportieren wir uns mal hin. Mal gucken, was das ist. Driften oder Rennen. Wenn das schwer ist. Oh, hä? Drift Contest. Okay. Versuchen wir. Einer von vielen gewinnt er den Drift Contest mit Fisch. Malabo Beach. So. Ähm. Mit dem Skyline. Das kann ja lustig werden. Okay. Virus hat es direkt versaut. Und der gefahren ist. Und die fahren da oben rum. Äh. Okay. Also, ähm. Gut. Okay. Kein Problem. Äh. Äh. Ich brech ab, ey. Fisch. Aber ich muss ja nicht erster werden. Aber ich will immer irgendwie erster werden. Erster Triften. Alles erster Trick. Erster. Keine Ahnung. Und trifft. Ja. Oh, der Skyline geht aber auch ab, ey. Ja, ja. Dann fahren wir vorbei. Oh, Mann. Der Skyline lässt sich richtig geil fahren, Baby. Ah. Und Göns, wir wollen nicht mal eine 20. Ah. Ah. Der Skyline ist noch schneller. Aber er fährt sich richtig geil. Oh. 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 Scheiße! Ah! Donnerndreh um! Oh, ist geil! Wow, 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 komm schon, komm schon, krieg ich die wieder ein, Alter! Ja, du Arsch, Mann! Du bist doch ein Fischburger, Alter! Ich knall dir gleich das Parameter forcieren, ey! Äh! Na, zu Pazar, Mann! Oh! 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 Du, du flöde Fischlippe, ey! Du, ah, die fahren wie die behinderten Arschlöcher, ey! Ich hab aber gewonnen! So! Fast hunderttausend, ey! Boah! Jo! So muss das, so! Das haben wir jetzt auch im Sack! Zack, zack! So Fisch! Du hast recht, Bro! Bro hat recht mit dir! Wir sehen uns! Alles klar! Ich freu mich, dass es dir gefallen hat, Homo! So, was haben wir denn sonst noch im Angebot, ey! So, die sagte, äh, mit 350 PS Schrauber Amy! Amy! Amy, mein süßes Engelchen, wo bist du da? Gute löschen! Ja! Teleportieren! Ich fahr doch nicht hin! Teleportieren geht schneller! Und kostet auch nicht so viel Zeit! Sein Virus fängt wieder irgendwo an, irgendwelche Tricks zu machen! Die... So, event starten! Zeitrennen! Knauze! Wenn du einmal schnell bist, komm in die Top 2 mit mindestens 51! Ja, ich bin gespannt! Oh, hier... Hör doch auf! Komm weg! Mann! Ihr frisst ja doch leid, Blackefeld! Was ist das denn für ein... Scheiß hier, ey! Ich hätte doch nicht was mit auch mal an Tagessicht geben können! Und nicht immer... Regen, Regen, Regen! Also... Als wenn's in den Staaten nur noch regnen würde! Also... Ja... Och, Mann! Jochen! Ich nenn' das Auto Jochen, Alter! Hör doch mal auf jetzt! Nein! 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 Ich will immer da hochfahren, auf die scheiß Autobahn! Ich fahr wie der letzte Bauer gerade! Ich bin ein Bauer! Allerdings! Äh! Scheiß Kurve! Ach komm, hör auf zu nacken, ey! Geht's zu früh rein, gehst zu spät rein! Dreh die Karren quer! Woller wird da hängen! Oh, spinn' nicht rum, ey! Wie viel Runden muss ich denn noch fahren? Kontrollpunkt, Kontrollpunkt, Kontrollpunkt! Ist das mit deinem Kontrollpunkt jetzt endlich mal! Ja, ja, da auch nochmal dagegen, ist mir egal, da nochmal dagegen, jawoll Ich bin glaube ich nicht gerade ganz bei Sache, ich habe irgendwelche anderen Sachen gerade im Kopf Boah, wurde auch Zeit, dass es endlich mal beendet wurde hier Junge, 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 Junge Ne, ich glaube ich höre danach auf, weil für mich gerade die Konzentration irgendwo so ein bisschen anders hingeht Wo ich eigentlich hier konzentriert sein sollte Oh ey, wie Gott hast du Alles klar, sehr schön Zur Garage springen, machen wir das doch glatt, ey Dann müssen unsere Karre ja glaube ich wieder repariert sein, nicht, nicht? Der arme Skyline Aber Fett ist auch fürchtlich biestig, ey, ganz ehrlich So, ähm, ja, hm, bis zum nächsten Mal Ah, jetzt, ja, eine Insel, ey, euer Virus sagt, ciao mit V, danke, dass ihr eingeschaltet habt Ich hoffe, ihr habt euch noch Spaß dabei Bei dem kleinen Rage-Abenteuer mit Virus Ich glaube, es wird es jetzt öfters geben Also, schau doch beim nächsten Mal wieder ein Ich würde sagen, danke fürs Zusehen, ciao mit V So, jetzt machen wir mal F5